Kundenbewertungen werden in heutiger Zeit immer wichtiger. Die Herausforderung ist die, dass die meisten Kunden erst dann proaktiv eine Bewertung schreiben, wenn sie sich beschweren möchten. Oft sind aber 90, 95 oder noch mehr Prozent der Kunden absolut zufrieden. Mein Tipp geht dahin, dass jeder eine Bewertung sich einholt von den zufriedenen Kunden, um damit entsprechend eine Reihe von positiven Bewertungen zu haben, damit die Online-Reputation sicherlich nach oben schieben kann und im Weiteren auch kein Problem damit hat, wenn mal vielleicht eine von 100 eine schlechte Bewertung kommt. Deswegen ist mein Tipp, dass jeder Unternehmer sich Kundenstimmen einsammelt und damit die Online-Reputation steigert und eine schlechte Bewertung, die ja überall noch vorkommen kann, dann keine Relevanz mehr findet, weil eben genug positive Kundenstimmen im Netz veröffentlicht sind. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020